ah genau die kante gehauen und man das ist doch wegen ein sonn scheiß stein all das ist alter ist das ist doch krank mann ganz ehrlich alter meine hand schmerzt jetzt blöd scheiße warum habe ich überhaupt um den tisch gekloppt meine hand tut weh man das ist doch alles blöd oh das war sehr gut jetzt habe ich mich schon wieder gelobt dass da kann man darf man eigentlich gar nicht in der space das rächt sich irgendwann meine hand tut immer noch weh dass die tische immer so hart sein müssen die sind hart im nehmen ach man es ist doch wie lange ich schon auf 23 eine stunde eine stunde kann ich ja das bringt mir doch nichts ja 30 sekunden alters ja es hat mir auch nichts gebracht meine herren dass das machen das bringt mir doch hier alles nicht was geht ah man wenn ich verloren habe muss ich erstmal eine kleine aufnahmepause machen schon wieder wegen eins und scheiß schon wieder wegen eins und scheißstein ich mach mal eine kleine aufnahmepause bis gleich leute so da sind wir wieder und ja es ist doch krank alter wie soll man das denn machen ich meine ich habe mir zwar mit fails gerechnet aber so viel warum es hat wirklich größtenteils mit glück zu tun man muss da echt glück haben einfach zum beispiel so meine strategie ich weiß nicht die strategie hat das nur teilweise was zu tun man muss hier einfach spezialsteine machen ohne ende und das ist einfach krank was man hier so machen muss da unten bringt er mir jetzt nichts mehr er bringt mir jetzt hier schon was von der genau drauf ist da unten bringt er mir doch überhaupt nichts ja natürlich auch mal das so blöd wie soll ich das denn hier machen alter denn als maul jetzt wie soll ich das denn hier machen ja 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 danke 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 sorry leute aber alter ist es jetzt bin ich wieder ein bisschen wie ein bisschen motiviert 90 prozent steht da oben goldrausch 1 30 das am besten so ah das muss man auch beeilen ja 2 gold schon mal gut ich finde ich schönes schönes deutsch 2 gold also ich sollte mal schreiben du hast gerade 2 gold gefunden oder du hast 2 gold oder 2 gold nuggets weißt du da hat keiner was gesagt aber 2 gold ich hm hm sorry dass ich mir manchmal einen tipp hole aber es ist ja oft Zeit da muss ich mir manchmal zu helfen wissen so mal kriege ich auch mal was ordentliches dass ich auch mal nach unten arbeiten kann Halt's Maul das schaffe ich doch schon wieder hier nicht äh das ist doch nicht normal 6 habe ich ich hab 6 weißt du wegen der 6 fragt gar nicht was 6 ist und ich sag das nicht dass ihr es von mir wisst das ist kein Problem ich schaff das ja schon wieder nicht was soll denn das dein Vater ist oben ach man das ist doch blöd ach alter ich und und nein das hat nichts mit Bier zu das hat nichts mit dem Bier trinken zu tun das hat einfach nur damit zu tun es wird halt schwieriger man muss das besser draus machen oh meine Fresse hier auch schon wieder ähm man muss das halt das beste draus hier machen und hat ein bisschen was mit Glück zu tun es ist mehr oder weniger Glücksspiel hier manchmal und und ja da muss man halt gucken was man hier machen muss und alles weil die Steine die kommen ja auch alle random man muss ja echt gucken was man hier machen was man hier am besten machen kann deswegen sag ich ja das ist mehr oder weniger ein Glücksspiel als maul alter ich hab schon so oft von dir 30 Sekunden gehört alter leg mal eine Platte auf das ist doch wird das nicht langweilig dauern nur 30 Sekunden zu sagen das ist doch langweilig alter ich mein gut du wurdest dafür bezahlt aber was geht ich kann nicht normal sein ja ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen wie soll das denn gehen alter ich dreh gleich durch hier dein Vater ist los alter meine Fresse ey ganz ehrlich ist doch nicht normal ich krieg gleich ein Kind hier obwohl ich ein Mann bin dann wisst ihr bescheid dann wisst ihr bescheid wenn ich als Mann ein Kind kriege ne dann wisst ihr schon bescheid ey alter und ich hab schon gedacht das Let's Play wird langweilig alter weil das halt bejeweled ist und das ist ja eigentlich fast schon ungeeignet für ein Display aber ja man kann ja alles desplayen hauptsache die Kommentare und so stimmen Halt's Maul ich bin hier auf ein klären darf ich ihn nicht mal erklären oder was boah bam 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 8 8 8 hab ich ah wie soll ich das in 11 Sekunden schaffen ha 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 ihr seid witzig ihr seid echt witzig alter Leute ganz ehrlich wie soll ich das machen alter das ist doch krank und ich hab mir schon gesagt bevor ich das hier aufgenommen habe boah kannst ja machen ist ja nicht so schwer äh was ist ja eigentlich ganz gut hingekriegt privat und ja wenn wir jetzt in der Spavor macht ist doch super das wirst ja hinkriegen auf jeden Fall und ja die Kommentare wären wahrscheinlich auch super ich merke es gerade ich merke es einfach ich suck hier ohne Ende ich mach hier so viel Schei ich krieg das hier überhaupt nicht hin Alter was geht ist doch krank es ist einfach nur Glücksspiel einfach es ist nur Glück ganz ehrlich es ist einfach nur Glück was man hier haben was man hier hat es ist es ist es ist es ist sei ruhig ich bin ich bin verzweifelt das ist doch einfach nur Glück hier ja ich kann jedoch kaum noch was machen hier außer das aber das bringt doch auch nichts ist ich bin ein das ist ich bin es ist es ist es ist es ist Oh. Alter. Das war ja... Alter, das war richtig knapp. Boah. Ja, jetzt kommt Poker. Jetzt kann ich mich schon wieder konzentrieren. Stelle Poker-Hände... Was? 4000 mit 10 Händen. Ich hab nur 2. Ich hab jetzt nur 2 Hände. 2 Hände. Hier, 2 Hände. Wo ist denn? Ich weiß, dass es losgeht. Sag mir das nicht. Sag mir das nicht. Gelb. Gelb. Schau auf jetzt. Nochmal gelb. Lila. Full House. Hier ist gelb wieder gut. Gelb. Gelb. Rot. Rot. Gelb. Full House. Full House, alter. Blah. Blah. Ähm. Was jetzt? Ich weiß, Lippe kneist. Ähm. Blau. Blau. Oh. Das. Das. Full House. Yay. Ich bin gut. Obwohl, von den Punkten her, ne? Ist das nicht so... Nicht so wirklich perfekt. Ich bin gut. So. 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 Ich bin gut. Das machen. Das. Full House. Also fünfmal hintereinander ein Full House Alter, das 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 Was können wir noch machen? Das 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 Full House Viel übrig Alter, das wird so schwer Jetzt habe ich einen Drilling Full House Was ich gerade mit Full House habe, Alter Ich habe Ich Die Runde ist ja nur Full House, Alter Das Das ist doch krank Eins, zwei Wenn ich das hier mache, kann ich das hier nicht machen Zwei Paare Oh, das sieht nicht gut aus Könnte failen, aber Zwei Paare Kann auch nichts anderes machen Ein Vierer kriege ich auch nicht hin Eine Hand, wenn wir zwei Versuche Das kriege ich nie im Leben hin Schon mal drei Full House Ja Letzte Hand Das schaffe ich nie im Leben, Alter Wenn ich das noch schaffen werde, ne Alter, dann bräuchte ich jetzt mal eine Zigarette, ey Vierling? Habt ihr gesehen, wie wenig da noch ge... Habt ihr gesehen, wie wenig da noch gefehlt hat? Alter Sag mal Gelitten? Was geht? Alter Ich Geht Geht der schon wieder mit Full House los, oder was? Alter Alter Alter